Willkommen zurück, neues Gebiet. New Area. Da war ich noch nie. First time I'm here. Let's see what we find. Schauen wir mal, was wir gefunden haben. Ein sehr schöner Weg, ein nice beautiful Path. Und ich will schon nicht da rauf gehen. I will go. I will make my way up there, I think. Dabei ist nur Eisen, Eisen, Eisen. Nichts interessantes da noch. So die Eisen. Podcap, Beard, Stoppöl. Wirklich sehr schön da. Aber null Pfunde. Wäre a nice place, but no fines. Mineralisation ist extrem hoch. Ich hab keine Ahnung, ob ich überhaupt nicht weiterkommen soll. Oder wenigstens machen soll. Die ganze Freude mal. Vielleicht hört das. Also Mineralisation on top. Von dem Max. Ja, ich werde das Beste versuchen. Ich werde tun mir best, der Feind. Das ist ein guter Stuff. So, da oben, weil ich auch kein Glück gehabt habe. Ich meine, es geht ja noch weit rauf. Das ist aber ein bisschen, halt dampft es ein bisschen im Wald. Okay. This hill goes farther up. Way, way farther up. But it's very humid in this woods today. So. Hier ist es einen Little Nail. Kleiner Nagel. Hier. Hier ist es nur, ich glaube, der Kopf eines Nagels. Hier ist ein Typ auf ein Nail. Hier ist ein alter Nagel. Ein olden Nail. Hier ist ein Schuhnagel. mit einem Schuhn-Nail irgendein Eisenbeschlag so ein Iron-Fitting, I think ein Augenfund ein Eyeball huddled up unglaublich das einzige was mir ausreißt ein Biesel, ein Brush aber das schaut modern aus looks new to me Mehl again, Nagel man denkt bei dem Wege ein bisschen probieren dann schauen wir mal 50 Groschen 50 Groschen 50 Groschen bleiben lassen der Ping-Pointer spinnt auch schon wieder das ist schon wieder gelöst jetzt kommt da wieder Wasser rein oder was weiß ich was Steine kleine hier war gerade ein Quizzun ich bin hier unten angekommen der Beste von zum Schluss für mich Pocket Knife best find of the day Taschenmesser super danke fürs zuschauen thanks for watching bis zum nächsten mal mit dem der 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 river Auf zu neuen Abendeiern unseren New Adventures wir wollen diesen Waldstück noch gar nicht das jetzt mein Wald ist nochmal hoch Die Graces will auch. Das ist nicht das einzige Platz wo man gehen könnte. Da oben ein bisschen in den Wald oben. Da unten. Let's see what we find in this place. Bis zum ersten Fund, jetzt meine Damen. So, das ist der erste Fund. Ich hab's vorher schon gesehen. Der Ledbullet im Bleigeschoss. Ich glaube dieses Loch ist nicht von einem Tier. I don't think that's an animal hole. Ich wurde wieder mal. Es ist egal wo's bist. Schauen wir mal. Egal wo die Mistlöcher sind. Überall. Aluminumfeil. Trash. Müll. Was ist denn diese? Stein war drüber. Hat er sich ausgezahlt? Nein. Könnte ein Bombensplitter sein. Ich weiß nicht. Let's dig this together. Sucht sie nämlich. Mein Dingswort ist nicht so schlecht da. Aber es ist wahrscheinlich. Positiv denken. Ich denke positiv, alles. Ich denke positiv, alles. Okay. 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 Ich denke, das ist das. Das ist das. Was ist das? das ist eine schlucht wie schaut man da oben an der top der es sieht interessant wo ich auch wieder da rüber komme zurück die Tres hole das ist ein bisschen ein Hohlweg erder jetzt war ein schöner Weg aber auf der richtigen Spur ein OLD NAIL ein älter Nagel entgeschmiedet massiv gross oder irgendetwas anderes müssen wir erst schauen das ist am Werk für dieses kleine Ball LED Ball mit der Schrotkugel mit der Schrotkugel schau mal so das ist interessant mit irgendein Blei zum LED vielleicht von einem Bleikreuz ich weiß es nicht mit vielleicht von einem LED cross mit der Schrotkugel mit der Schrotkugel schau mal das was gescheites ist das liegt oberflächlich schau mal und befürchte fast dass das mit der Schrotkugel 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 vielleicht ein Schrotkugel mit der Schrotkugel vielleicht ein Schrotkugel weiß es nicht so ein bisschen schwierig Derrick. Ich muss das sehen. richtig schön ausgestochen mit einer schaufel macht es doch bitte zu das war es war wieder mal nichts geschätzt dabei ist nichts for watching man kann es nicht wissen es ist nicht immer jeder platz erfunden reich sage ich mal aber zwar einmal da kann man das abhaken und fertig ja bis zum nächsten mal danke dass dabei warst thanks for watching see you next time tschüss bye bye